Du brauchst Tipps, wie du besser mit deinem Geld umgehen kannst? Und du willst endlich eine Übersicht über dein Konto haben? Dann bist du hier genau richtig. Denn wir erklären dir alles rund um dein Geld, Steuern und Finanzen. Und noch besser, du kannst dir unser kostenloses Tool sichern, um deine Finanzen besser zu organisieren. In der Videobeschreibung findest du mehr. Auch deine Fragen kannst du uns gerne unter dem Hashtag Wuhlmachtmehr in den Kommentaren stellen. Abonniere unseren Kanal und verpasse keines unserer Videos. Und nicht vergessen, Glocke aktivieren!